Ist der Pille mangst du klein, sitzt die Vorhaut viel zu eng? Stehst du ganz weit hinten in der Schlange beim Gangbang? Bist du schon ein Insel oder hast du nur Komplexe? Nackter Oberkörper hoch zu russchaut mal ich plexe. In der Wehrsportgruppe gibt es kein LGBT. Da darf ein Mann noch Mann sein ohne Gender und Schischi. Die Frau hat ihren Platz am Herd, der Mann ist kühn und hart. Mit der Waffe in der Hand für das Patriarchat. Waffen sind die Lösung. Waffen sind die Lösung. Waffen sind die Lösung. Waffen sind die Lösung. ETFs und Krypto-Hype, die Welt von Egoisten. Psychopathen an der Macht, wohin man schaut, Narzissten. TikTok, TikTok von Idioten, schwupps, die Erde brennt. Die Wahrscheinlichkeit für Fehler liegt bei 100%. Raketen, Panzer, Drohnen und Landminen. Natürlich nur zur Abschreckung dienen. Was passiert gerade? Sie in die falschen Hände. Drückt einer auf den roten Knopf, dann ist die Welt zu Ende. Die USA, die liefern Waffen an die Ukraine. Das sagt der Typ von Stratform mit total entspannten Miene. Die Russen und die Deutschen, die sollen sich zerstreiten. Und in ganz Europa soll Zwietracht sich verbreiten. Dann ist die Vormacht sicher vom US-Imperium. Die Täter machen Kohle und die Opfer bringen sich um. Der Putin bricht das Völkerrecht und startet einen Krieg. Europa instabil, das ist Geopolitik. Krieg in der Ukraine, im Bundestag sie schreien. Wie aufgescheuchte Hühner, was kann die Lösung sein? Der Russe hat die Bombe und ne riesige Armee. Wir kaufen noch mehr Waffen, ist ne super Idee. Billionen für Rüstung, nicht Abschreckung genug. Wir rüsten immer weiter beide Seiten Zug um Zug. Das Blut des armen Mannes ist das reichen Mannes Brot. Für die Reichen die Profite, für die armen Helden tot. Das Blut des armen Mannes ist das reichen Mannes Brot. Für die Reichen die Profite, für die armen Helden tot. Das Blut des armen Mannes ist das reichen Mannes Brot. Für die Reichen die Profite, für die armen Helden tot. 100 Milliarden, 2% vom BIP, Schuldenbremse auf Rüstung ins Grundgesetz, okay. Energieautonomie, Atomkraft voll im Trend, im Krieg ein super Ziel und es strahlt schön, wenn es brennt. Knappe Ressourcen und seltene Erden, sinnvollerweise jetzt zu Waffen werden. Knappe Ressourcen und seltene Erden, sinnvollerweise jetzt zu Waffen werden. Klima, Atem, Sterben, Hunger, stellt euch hinten an, wer will schon was zu fressen, wenn man Waffen haben kann? Klima, Atem, Sterben, Hunger, stellt euch hinten an, wer will schon was zu fressen, wenn man Waffen haben kann? Das Problem ist nicht ein Krieg zwischen Ländern und Staaten, der Krieg ist zwischen Arm und Reich, der Buffett hat's verraten. Monopoly und Wargames, Renditen für die Reichen, warum müssen die eigentlich die Rechnung nicht begleichen? Der Kapitalismus ist ein Ponzi-Schema, leider in den Medien nur selten ein Thema. Ohne neue Märkte ist das Wachstum in Gefahr. Krieg ist eine Lösung, das ist doch völlig klar. Krieg ist eine Lösung, das ist doch völlig klar. Scheiß auf die Abwüstung, scheiß auf Deeskalation. Waffen sind die effektivste Kommunikation. Fick die Pazifisten, fick Diplomatie. Frieden auf Erden, mit Gutmenschen nie. Ein Krieg ist ein Geschäft, eine Investition. Teile und Herrsche, wie im alten Rom. Der aufgeklärte Mensch setzt auf Kooperation, doch der Kapitalismus ist ein Hurensohn. Eine kriegerische Spezies, die die Umwelt terminiert, die Basis ihrer Existenz auf Dauer wohl verliert. Der Mensch hat abgedacht, die nächste Art besteigt den Thron. Gesegnet sein Charles Darwin und die Evolution. Ein Affe greift den Stock, schlägt einen anderen Affen tot. Die dominante Spezies ist und bleibt der Vollidiot. Das ist der Lauf der Dinge, einer kommt, der andere geht. Sind alle Menschen tot, dann singt ein glücklicher Planet. Waffen waren die Lösung, Waffen waren die Lösung, Waffen sind die Lösung. Waffen sind die Lösung, Waffen sind die Lösung. Waffen sind die Lösung, Waffen sind die Lösung.